ja servus mein abenteurer herzlich willkommen hier in mittelerde zu herdering online und weiter geht's hier mit lea dann sind wir unterwegs und suchen seine tochter nameless ob ich hier mal ein bisschen vorbeihuschen kann ein jammern ist zu hören vater ich bin geheilt willst du nicht zu mir kommen muss ja nicht jeden killen ich gehe davon aus dass ich hier den berg hoch muss und wo wollt ihr eigentlich hin ich gehe davon aus So, jetzt du. Ja, kommen immer mehr hier. Das dauert aber lange. Ja, 59, 56, 500, 75, 43, 40, 45, 45, 46, 41, 42, 42, 41, 41, 42, 42, 42, 45, 46, 46, 48, 48, 47, 44, taxi, 1, Untied um, Amiri Regearse. Hershey, Diasana, 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 Diasana! So, jetzt er. Nein, endlich. Okay. So, er geht weiter. Wo geht's denn überhaupt weiter? Ach, guck mal, das Tor ist aufgegangen. Sehr gut. Der Stimme jammert. Vater, ich habe Angst. Hilft mir denn niemand? Kasi. Wo bist du, Vater? Warum kommst du nicht? Willkommen, Vater. Oha. Aber, Vater, willst du die Last, die du trägst, nicht ablegen? So soll es sein. Meine Männer werden euch Nachschuhe abnehmen. Alles, was ihr kennt, wird vernichtet werden. Oha! 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 Ich freu so lange. Ein Movement ist jetzt so richtig schlecht. Hahaha! Ja Los komm, mach doch was Krass, er ist so langsam Und die werden einfach nicht weniger Jetzt Gott sei dank Was ist passiert? Es ist dunkel und sie kämpfen weiter mit mir Was soll ich tun? Hahaha So, wir haben es geschafft Ihr denkt über das nach, was ihr gerade gelesen habt Und beschäftigt euch mit den Taten von Leadan in Eregia So, jetzt haben wir noch zwei Stück Unfredens Tochter Vor langer, langer Zeit kam der dunkle Herrscher unerkannt nach Eregion Einige der Elben nannten ihn Anteron Was sie wissen und doch weiß er Krass, wie schnell durch ihn lesen Hehehe Habt keine Angst Fox kommt Testen wir unsere Stärken Seht ihr? Kein Uro kann etwas gegen die Macht der Noldor ausrichten Weiter Angriff Kommt Ich liebe den Kampf Ich liebe den Kampf Bescheiden wir die Ich liebe ihn Beide Ich liebe ihn Schleif Ich liebe ihn Mal Ich muss wachsam sein, wer weiß wie viele Orks noch kommen werden. Seht, wie sie vor einer Klinge zittert. Geht es euch gut? Ich habe euch im Schlachtgetümmel aus den Augen verloren. Kommt, es ist nicht mehr weit. Der Vater sagt, dass ich nicht bereit bin, um den Krieg zu... Jetzt haben wir euch. Auf sie! Vielleicht war das keine weise Entscheidung. Ich habe das nicht zu tun. Ameles soll diese Naritai Vater, ich denke, sie hat sich recht gut geschlagen Alles erklären, ich Ich habe euch verboten, mit diesem Herrn der Geschenke zu sprechen und jetzt schleicht ihr euch hinaus, um ihn zu treffen Euer Vater würde euch verbieten, mehr über die Außenwelt zu erfahren Kommt mit mir, Ameles Ich kann euch zeigen, wie ihr Dinge herstellt, die sich nicht einmal der Geist von Feanor Ihr würdet meine Tochter befehlen, sich mit ihr, sich mir zu widersetzen? Kommt, Ameles, wir kehren sofort nach Mirobel zurück Wird ihr für immer in Mirobel gefangen sein? Gütet eure Zunge Geht ihr jetzt mit Antaeron Wenn ihr mich liebt, werdet ihr Kommt, Ameles, eure Ausbildung soll sofort beginnen Ameles, ich Was ist der Geschenk? So ist die Tochter gegangen, der Vater nun allein Ihr denkt über das nach, was ihr gerade gelesen habt und beschäftigt euch mit der Geschichte von Ameles Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge Ich hoffe, sie hat euch gefallen Dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen Und wenn ihr noch euer Abo da lasst Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dann und tschüss